Ja und Gudrun Engel steht tapfer mitten in der Kälte von Iowa. Was meinen Sie? Ist das wirklich klar, dass Donald Trump hier durchmarschiert, wie es im Beitrag anklang oder könnte es da eventuell noch eine Überraschung geben? Also den aktuellen Umfragen zufolge scheint es tatsächlich so zu sein, dass Donald Trump hier uneinholbar vorne liegt. Es wird sogar spekuliert, ob er hier die absolute Mehrheit holt oder eben eine einfache. Stand jetzt scheint er so ungefähr bei 48 Prozentpunkten zu liegen. Danach kommt sehr lange nichts. Dann kommt Nikki Haley mit 20 Punkten und Ron DeSantis auf Platz drei mit ungefähr 16 Punkten. Das heißt, alle rechnen damit, dass Donald Trump hier sehr ungehindert durchmarschiert heute in Iowa und dass DeSantis eine herbe Niederlage einstecken wird. Und im kommenden Wochenende findet das Gleiche. Die Vorwahlen ja in New Hampshire statt. Da liegen die Zahlen ähnlich aus. Und dann muss man mal gucken, wie lange Ron DeSantis das überhaupt noch durchhalten kann. Ja, auf dem Weg zur Präsidentschaftskandidatur. Trump, es stehen ja noch diverse Prozesse an. Könnte irgendwas ihn stoppen oder könnte ihm da noch was zu schaffen machen? Naja, es ist so, es gibt also vier große Strafverfahren gegen Donald Trump, die laufen, die sich auf seine Präsidentschaft tatsächlich beziehen. Insgesamt 91 Anklagepunkte. Das ist ja für uns Europäer immer sehr schwer nachvollziehbar, wie man dann trotzdem so entschlossen sich hinter diesem Mann versammeln kann. Aber tatsächlich scheint es so zu sein, dass es ihm überhaupt nicht schadet. Im Gegenteil, je mehr da zutage tritt und je mehr da in die Öffentlichkeit rückt, desto mehr versammeln sich seine Anhänger auch hinter ihm und sagen, es ist alles politisch gesteuert. Das Justizsystem ist korrupt und es geht nur darum, Trump auf dem Weg ins Weiße Haus zu stoppen. Und umso mehr gegen Trump vorgebracht wird, umso energischer werden auch seine Unterstützer. Und es führt eben dazu, dass er auch mittlerweile vom Großteil der Republikanischen Partei unterstützt wird. Vielleicht noch mal ganz kurz, was sind denn so die Themen, die bei der Wahl jetzt eine Rolle spielen? Was sind die Themen, die Trump ja offensichtlich vor seinen Rivalen in Vorsprung einräumen? Also was alle Kandidaten ansprechen, ist die Migration und die Grenze, die Grenze, die Grenze und die Grenze. Wir erleben normalerweise im Laufe dieses Wahlkampfs, dass sich das Ganze noch ein bisschen verschieben wird hin zum wirtschaftlichen Thema, hin zum Thema Inflation. Denn am Ende geht es vor allem darum, dass die Menschen einen sicheren Arbeitsplatz wollen, dass sie wissen, dass sie genügend Geld im Geldbeutel haben, um ihre Familie zu versorgen. Das heißt, das sind im Moment die zwei großen bestimmenden Themen. Ja, Gudrun Engel war das. Vielen Dank Ihnen.